Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Diesmal Snackio, eigentlich so wie Slytherio, genau im gleichen Prinzip und ja, ist auch cool, ist gerade mal rausgekommen, ich habe einen Playstore entdeckt. Ja, ich versuche jetzt wieder regelmäßig Videos zu machen. Oder vielleicht auch Slytherio, ist ja auch nur ein Spiel, vielleicht auch da, oh, Scotland, ich will Scotland, ja, entweder ich bin leicht down oder ich lebe bis ich down bin. Oh, geil, 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 geil. Ah, Mami. Mama! Hm, das erste Mal, dass ich ein Spiel... Okay, wir werden noch einmal erster und dann kotzen. Hier die Bohne voll. Stussi, Stussi! Oh, 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 oh. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wir spielen jetzt gleich noch. So, und da bin ich wieder ins Slyther.io. Ja, das andere Spielen ist blöd. Okay, skin, 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 skin. Unser Name ist... Blue-White. Ich weiß, das ist, glaube ich, falsch geschrieben, aber auch egal. Blue-White-King. Das Spiel ist voll langsam im Gegensatz zu Snake.io. Hier wird, da kommt man ja komplett durch, Alter. Ah, Mami. Ah! Okay, kein Spiel von den beiden. Ist sehr sinnvoll. Tief-Luft-Hollen. Ah, Tief-Luft-Hollen. Ich werde das nicht überlegen. Aber das mache ich auch nicht mehr lange, nur noch das kleine Video. Ich denke mal, das geht so in sechs Minuten oder bis fünf. Und ich muss auch noch für Bio lernen. Wir schreiben morgen eine Biologie-Arbeit. Und das ist... Och Mann, ich habe gedacht, ich werde das tun. Und das ist scheiße. Oh. Oh. Chichipo. Äh! Chichipo. Ich will den nicht... Das ist der gereckt worden. Oh. Luder. Hast den Kack nicht eingesammelt. Ha, ha, ha. Luder! Hm, schmaler Mann. Äh! Hm, schmaler Mann. Wir sind besser. Chiller auf, Alter. Ihr seid alle schlecht. Wir sind alle gut. Ihr seid alle ein kleines... Engel. Stengel. Oh. Oh. Okay, geht weiter. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf meinem Kanal. Wir zocken jetzt wieder eine Runde. Ja. Thunder Car zocken wir hier da oben. Ja, guckt, seht ihr? So heißt der Spieler hier. Ja. Okay. Gucken, ob wir den bekommen. Mama! Oh, Scheiße. Och. Nee, nee. Nee, nee. Lekeba de Panam. So heißt der erste. Okay, gucken, wie viel wir jetzt schaffen. Ich denke mal 100. Okay, erstmal in der Mitte. Also, das ist eine komplett andere Steuerung als Snakeio. Hier dreht man ja gleich durch, wenn man... Oh, blablabla. Oh, blablabla. Nein, ja. Fast leider keine. Okay. Oh, so. Und... Dann so hier hoch. Und dann der Bruder ist auch glitched down. Was denn hier ist los? Boah, das Geleckte. So, einmal noch. Und dann ist die gelaufen. Und wieder wir haben ein bisschen Glücksrunde. Oder ich kotze hier hin. Okay. 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 Okay, mal gucken. So, ein Versuch noch und dann mach ich aber echt Schluss. So, dann wascht das Fleisch. Die Art Blue-White-Kick. Guck mal, ob wir in die Top... Ich kotze hier. Mann, ey. Somit werde ich niemals... Longest day forever. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt auch schnell verabschieden. So, Kram wieder hier... Oh. 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 Wir haben Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel Glück hatte ich noch nie in meinem Leben. Nein. Jetzt pack hier nicht rum. Bitte. Okay, jetzt verabschieße ich mich. Ich werde euch eh tot sein. Also, gut. Tschüss. Liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal.